Ich bin jetzt auch tot. Ah, er nimmt mal wieder keinen... Ah, wieder weg! Ich will gerade den scheiß Zauber weg, wenn er leer ist. Ja. Ich hab mich wieder beliebt, aber ich steck immer noch fest. Das ist ja großartig. Ah, da sind noch mehr! Ich bin ja schon wieder tot. Ja, toll. Wir versuchen das gleich nochmal. Ich brauch erstmal einen Trank. Ich kann es auch mal einen Single-Click holen. Ich bin auch ein Trank, ey. Ich bin auch schon... Ja, komm schon! Ich hab jetzt Wasser mit dir. Man muss das immer wieder neu auf die Tasten legen, weil... Ich bin ja schon fast im Wasser. Ja, man verliert auch die Erfahrungspunkte, die man angesammelt hat. Zum Fall ausgeben. Also immer alles gleich ausgeben. Denn ich hab jetzt null... So, brauchst du noch ein bisschen Hilfe? Soll ich mich schlagen? Oder... Ich hab zwei in meinem Rücken und jeweils eine in meinem Arm. Und es kommt wieder Ratten. Also von hier ist ein bisschen Level. Toll. Ich lebe ihn nicht zurück. Ich hab' einen vollen Geben, Alter. Ich hab' einen vollen Geben, Alter. Ich hab' auch schon wieder, ähm... Ja, Reaktion bleibt auf 14. Leben auf 8. Großartig. Yay. Aber hauptsächlich am Indirekt von 23. Ich hab' Leben von 9. Ich hatte mal 12. Pro Magie. Pro Magie. 20 Pro Besteinerung. Ah. Gestorben. 0 getötet. 92. Was? Wo steht das denn? Ja, wenn du C drückst und dann oben auf persönliche Statistik ist, da oben wo dein Lebensbalken und so ist. Mhm. Gestorben. 4. Das geht ja noch. Ich bin 0 gestorben, aber ich hab' nur 8 Leben. Was? Ich müsste 9 haben. Ich hab' 117 getötet. Ich nur 92. Gut, wo müssen wir lang? Gehen wir wieder dings lang. Wir sind dann zu sehen, dass es da nicht weitergeht. Ja, aber diesmal wissen wir, wo wir lang müssen. Das bringt uns fast schon ein bisschen was. Wir wissen wenigstens... Ey, warte mal. Meine Hose? Ist das noch meine neue Hose? Äh, was? Ich... Was? Hast du das gesehen? Ich hab' durchs Level geflogen. Was war das? Aber das kennen wir ja auch schon, ne? Wirklich? Tun wir das? Ist eigentlich nichts Neues. Ich hab's mir vergessen, was passiert. Ich bin mir sicher. Ich kann mir noch erinnern, dass ich durch Aufzüge durchgefallen bin. Und durch einiges anderes und... Hauptsache die Steine. Ich hab' durch den Raum geflogen. Ja, das hab' ich irgendwie gesagt. Vielleicht doch mehrmals. Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. So hab' ich... Ich hab' noch meine neue Hose sogar. Meine Lederhose. Ey, guck mal her. Siehst du, das ist meine alte Hose, ne? Das ist meine alte. Und das ist meine neue. Die hat hier ein anderes Muster. Achso, ja, da sind... Das sieht man doch. Todesblick. Ähm... Oh, es ist gleich das erste Symbol. Und ich hab' nur 15% Chance. Boah, Eiltränke. Geil. Ich hab' geile Tränke, ne? Ich hab' geile Tränke, ne? Ich hab' geile Tränke, ne? Geil. Ah. Da stehst du dann nachher ein, sag' ich mir. Das sind VR-Klasse. Moment, hast du einen Stärketrank jetzt noch, oder? Die Speicher, der das hier nicht haben, aber... Warte mal, guck mal kurz. Ich hab' ihn noch. Also, die Charaktere bleiben anscheinend immer nicht. Also, die Charaktere bleiben anscheinend immer nicht. Egal, was du machst. Oh, ich kann hier hochlaufen. Aber er scheint ja den Tode nicht zu speichern. Anscheinend. Ja, aber ihr habt Züge davon. Bloßartig. Ja, die auch nicht speichern würde. Das ist toll. Für dich zu müssen. Ja, ich speichern nur die, wo ich getötet habe. Willst du mir mal? Töte die ja mal. Komm. Tu was für das Geld, dass ich hier nichts sage. Muskus wüsten. Ist der tot? Verliert mich. So, kurz gucken. Das ist da. Und das ist... Weg dahinter. Gucken, das ist da. Das ist da. Oh, gegen geht. Angeber. Ich habe das viel besser gemacht. Da war dieses... Ach, nicht. Da war der Hebel. Ja. Weiß man nicht, was der macht. Ist nicht wichtig. Er hebelt. So. Ist doch aufsichtig. Der Hebel hebelt. Hallo. Ich kann fliegen. 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 Ich habe einen Schatten. Ich habe einen Schatten. Das ist ja entsprechend verändert, wenn ich springe. Ich bin beeindruckt. Spontan dem Spiel jetzt nicht so getraut haben. Oh, die Triche. Oh, halt. Ganz allein für mich. Ja, so alt ist das Spiel hier auch nicht. Na ja. Als ein Buch. Und 2008 ist die Collectors Edition. Als ein Buch. Glauben, da gab es grafisch schon bessere Spiele. Ich nehme es. Ich nehme es nicht. Oder? 2008 kam... Ne, 2005 kam... Ich weiß nicht. Wann kam die Originalwesen raus? Ich weiß nicht mehr. Die kam 4 sogar raus. 2004? Oder 5? 5 oder 4. 2. 3. 2. 2. 1. 3. 2. 3. 1. 2. 2. 2. 2. 3. dafür dass ich es umgepatcht spiele godic 3 durch und euro deswegen zu wenig will man dafür bezahlen dass ich godic 3 ohne pets spiel? bestimmen muss ich mal einen aufroute dazu machen so jetzt mache ich den finio style einfach durch was anderes kannst du auch großartig was denn? du bist doch da was willst du denn? es ist schön dass die kisten leer sind ich habe einen pfeil im arsch ja ja ich hatte vorhin an den rücken und in den armen und hatte ich halt auch keinen schwein interessiert so ich bin mal wieder raus und lass die mal kommen sie kommen nicht weil sie jetzt dich beharrten ich könnte noch uns hier an die tür stellen und wie bei diablo nein das tut es nicht technisch ich kann da aber nicht draufschlagen als ein längeres schwert hätte ja das wird schon ein bisschen warte mal kurz fünf einfacher ich weiß noch nicht wie ich danach wieder auf die waffe wechsel ich muss mal er hat mich erschossen ich glaube es nicht ich häng fest ich jetzt aber ich dachte hier schon du hängst fest wie wechsle ich wieder zurück auf die waffe und wie schließe ich das menü wieder? ich muss hier mal kurz bestimmt so wie du es öffnest nein dieses kleine menü unten links es geht nicht mehr weg ach mit f natürlich offensichtlich ja ja akane magias mal streikern bei der gelegenheit auch leichte waffen und man direkt man direkt zuerst streikern soll jetzt habe ich strafe minus eins warte mal da hatte ich nicht mal ein gürtel ach so weil ich ja richtig weil ich Fähigkeit verloren habe was ist das? hey kreischen der Stern das eine mal eine Zauber die ich ausgerüstet habe hatte ich gefunden gut wo müssen wir zuerst sagen rechts ja ist eigentlich egal ich glaube wir müssen eh zu beiden Seiten ich glaube wir müssen sogar nur rechts oder? war links irgendwas? also rechts war auf jeden Fall dieser Schlüssel ja das ist ja hier 2 ach richtig okay wir stellen fest nee Moment wir können das jetzt gar nicht feststellen ob ich die Karte habe oder nicht weil hast du noch eine Karte? oder ist die bei dir auch wieder weg? das weiß ich jetzt nicht nee nee bei mir ist er auch weg eigentlich müsste ja hier was sein okay dann nee warte mal nee ist Quatsch die haben ja neu geladen die haben ja deswegen ja stand ja gut ich wollte gerade sagen bei mir ist er auch immer noch weg aber ich weiß nicht ob das stimmt hätte nur vorhin gucken müssen ja da habe ich aber nichts aufgepasst weil du sehr beschäftigt war dich aus dem Wasser ins Wasser zu schlagen aber ich glaube nie hatte ich die Karte da weiß ich nicht trefft ihn teilweise gar nicht sehr gut warum auch aber ich hatte ja sowieso immer die Karte den Schlüssel nehme ich lieber nicht auf wer weiß was dann passiert wenn wir jetzt hier uns durchgemessen haben dann spreche ich mal wieder schön dass der Zauber erst mal dich anvisiert Zauber laden irgendwie schneller auf oder geht das bei Karte oder dass es die billigen sind wahrscheinlich nur zu sagen dass es die billigen sind so was bei Ordnungen vorher nur war 10% schaffe ich aber man regeneriert sich auch automatisch ein bisschen dieses kleine schwert kotzt mich an kennst du doch und Realität eigentlich nicht ja ja Realität na da ist das ganz schön lang das ist ein langes Schwert mit 15 nehm au ist dann wohl er in Deutsch ja aber du zählst dir den Frauen immer das ist ein langes Schwert nehm hat er über so einen Vorschlaghammer erzählt dann holt er so ein kleines Babyhimmärchen raus ich möchte immer mal den richtigen Start zeigen süßen natürlich das habe ich mir gewünscht noch mehr Gegner ja klar hier magisches Geschoss dass du erst mal in die Wand fließt sehr gut da waren so viele ich bin übertrieben oh Moment das war falsch ich habe hier schon den minimalen Lecks ich laufe aus ich habe gerade mal was ausprobiert ob man sich heilen kann wenn man eingefroren ist und das geht übrigens nicht das überrascht mich jetzt das leckt auch so minimal bei mir das ist großartig mir geht bald die Heiltrecke wieder aus ich bin überhaupt nicht bezogen das gute ist im Wald kann man noch wegrennen aber wo willst du jetzt hier leben ich weiß nicht meine Magie ist auch meine Magie ist nicht ansatzbereit ich habe auch keine Anzeige wie viel Heiltrecke ich noch habe und auch keine Anzeige wie viel Energie die ich überhaupt noch habe auf die draufschlage aber da ich sie eh nicht treffe das Schöne ist wenn du keine Heiltrecke mehr hast und dann wieder einen Heiltrank hast dann mussten wir neu beleben ja ich weiß das habe ich schon gemerkt trefft die auch noch die ganze Gegend wo ich habe mal einen Schleim getötet oder die Leute hat zwar ja alles in Chlorin das Spiel in der Wahnsinn Goblins Schleime Schlangen Platten eigentlich ist nur der Anfang schwer ja später hast du halt so Punkte wo du dich zurückziehen kannst und Ausrüstung kaufen kannst so ein Zeug und ja richtig war das nicht irgendwie so dass man einfach einfach Dings ignoriert hat was man überhaupt tragen kann und einfach das Beste ausgesetzt hat hatte ich nicht noch eine Lederhose eingesammelt also tragen kannst unendlich viel so weißt du das ich riss dir einfach mal eine andere Waffe aus der mache ich dann auch mehr Schaden wir haben das geändert oder ich hatte damals noch bessere Werte okay am Schluss war das eh boah könnten die sind längst mal aufte ich habe mal ein paar Skalette beschworen wenn ich früher mal machen soll ich sammle schon mal das Zeug auf mach mal wieso kannst du sowas Schriftrolle das muss lass uns gehen ach nö nö das ist keine Rüstung kann das sein ich glaube da war es dir zu einfach du hast gedacht ich kämpfe ich merke weiter das ist kaputt warte mal ich muss mal eine neue anziehen meine Magie haut echt rein aber ich habe halt nur so wenig davon ich habe sie eingeflohen oder einen davon hey mein Auge hinschlägst kommst du da waren wir schon du bist nicht wichtig vielleicht war ich damit bis wir in Sicherheit sind vielleicht trinke ich erst mal ein Trank wenn ich nicht sterbe vielleicht gehe ich einfach mal nicht durch diese Tür lass mich da raus danke dass du dich mir in den Weg stellst jetzt geht er weg ich bin gerade zurückgegangen ja die haben mich gestorben und verloren haben nee vorher wollte ich schon zurückgehen jetzt sind wieder alle Punkte weg ach fick dich warum stehst du mir auch im Weg da ich schlag dich jetzt Penner ey das rotiert mich hier ich kill dich nachher erst mal sobald ich wo bist du denn jetzt schon wieder krab an und tüte die Schleime die mache ich doch gerade wann scheiß machst du jetzt kann ich wieder nicht angreifen ich treffe dich ja nicht mal richtig weil Gründe man kann nicht mal Zeug aufnehmen wenn man diese scheiß Atemdreck hat kann es gar nichts machen kann es sich wenigstens noch bewegen sei der froh sollte man abstellen in der 2012 Version geht es das nicht mehr ob es Mods für das Spiel gibt wo bist du komm hier her die haben mich zurückgetrieben sie verarschen scheiß ist da gar keiner steht nur da da hinten wollen die der Spaß klopft ja wenn dann habe ich die alle getötet oh ich habe schon wieder Legs das ist doch nicht wahr endlich ich kriege dieses scheiß Ding nicht tot weil ich ständig durch die Gegend teleportiert werde und woanders bin und leck mich am Arsch warum war ich so schwer diese Treppe lass uns gehen die macht mich wahnsinnig ich weiß gar nicht was du hast nein diese Treppe funktioniert gar nicht du bleibst ständig an diesen Pfosten hängen da guck 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 ich häng an diesen Pfosten ich stehe weit genug rechts verlegen dass ich da nochmal durchpassen würde oh in den Kessel ja gehört sich auch so wenn du mich tötest hallo ich habe ich glaube jetzt habe ich zwei getrunken weil es geruckelt hat das tut irgendwie peines glaube ich die Performance ist grauenhaft und das leckt viel mehr als es bei dem Pink sollte Töte mich kommst du mal achso bist tot ich denke mir schon warum nimmst du jetzt da raus brauchst du vielleicht einen Helm ach du hast einen Helm ich habe da ein fettes Schild oh Gott ach nö nicht wieder hier ja doch da ist noch eine Kiste mit wertvollem Zeug die ich jetzt nicht öffnen kann weil ich ersticke aber